Die Gewinnspielauflösung war ja gestern und man muss so eine Excel-Tabelle mit 2,5.000 Kunden niederschreiben, damit die zufällig ausgewählt werdende Formel reintun. Und das habe ich die ganze Nacht gemacht nach dem Videoschneiden und bin einfach eingeschlafen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich auch einfach nur ein Mensch bin und deswegen kommt die Auflösung heute um 20 Uhr. Tschallah, Digga. Und wir gehen jetzt mit Al-Pirawi und dem Priwawi sehr wilde Videos drehen. Es wird echt sehr, sehr krass. Es ist auch richtig krass im Flow. Es läuft auch, Alhamdulillah, alles sehr, sehr trippig wie War. Und deswegen, Frau Abuda, der Content, der ab jetzt kommt, ihr habt gar keinen Plan. Es ist so hart wie Asphalt. Saifo, Saifo. Sag, dass das Video online kommt. Sag was. Saffi, ihr habt Paw Patrol? Ja, ihr habt Fernbedienung kaputt gemacht. Auf jeden Fall, der ändert das Video. Bis zum nächsten Mal.